hallo meine leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal erstmal kuss geht raus an dich dass du gerade dieses video gibst vielen vielen dank für den krassen support und ja freunde in letzter zeit kam etwas weniger videos das bitte ich zu entschuldigen denn ich musste hier meinen neuen pc einstellen neue designs für fifa 20 machen und freunde da kommen noch richtig krasse sachen auf euch zu ich kann euch nur eins sagen freunde fifa 20 wird unser jahr trotzdem habe ich es geschafft heute noch mal ein richtig geiles video für euch raus zu ballern heute gibt es nämlich fünf arten von kommentatoren und ja freunde ich will euch gar nicht lange aufhalten an dieser stelle könnt ihr natürlich gerne einen daumen nach oben da lassen falls euch das gefällt und lasst natürlich auch sehr gerne ein abo da um keine weiteren videos von mir zu verpassen freunde ich sag euch fifa 20 wird krank und das wollt ihr nicht verpassen ennoch würde ich sagen freunde viel spaß mit dem video und let's go guten abend meine damen und herren aus dem ausverkauften signal iduna park zur partie borussia dortmund gegen den fc bayern münchen ja meine damen und herren das stadion ist pickepacke voll wir sehen hier eine sehr schöne choreografie der dortmunder fans die mannschaften befinden sich bereits schon auf dem spielfeld und sind bereit gegeneinander um den sieg zu kämpfen man kann sich schon gar nicht mehr auf den sitzen halten hier nochmal ein letztes abklatschen und dann geht es direkt los in die 26. minute wunderbarer pass von marco reuss auf jadon sancho der im ersten versuch scheitert und im zweiten versuch einfach nur noch ins leere tor einschieben muss aber meine damen und herren wir sehen es hier nochmal in der wiederholung was ist das für ein überragender pass von marco reuss auf sancho neuer sieht erst spitze aus kann dann leider im zweiten versuch nicht mehr jaden sancho daran hindern den ball ins leere tor hineinzuschieben bisschen unglücklich und damit auch die führung der dortmunder eine schiöne der mesein eine schiöne der dämpfe der bachlone es der mesein mesein Goal! Goal, 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 Goal! So Freunde, jetzt haben wir mal den Ball hier mit Pjanic. Sehr gut. Man zuckt jetzt. Bruder, bringen ihn da rüber! Pjanic, Digga. Ronaldo, komm Digga, den fliegen wir nochmal rüber. Und... Ja, Digga! Friss das, Alter! Ehre genommen, Alter! Pass auf! Ehre genommen! Herzlich willkommen zum Champions-League-Finale Real Madrid gegen den FC Liverpool. Um diesen Pott geht es hier heute, den Champions-League-Pokal. Wir springen direkt in die erste Chance. Schöner Ball. Marcello, Junior. Benzema, Junior. Vinicius, Junior. Modric. 1 zu 0 für die Mannschaft von Real Madrid durch Toni Modric. Sehr schöner Ball. Es steht fest, der Champions-League-Meister ist Real Madrid. Hier sehen wir nochmal die Zeremonie. Hoppa! Wunderbar! Ja, Champions-League-Meister Real Madrid. Karl-Simon Südl hat ihn am Mikrofon. 2 zu 0 für die Mannschaft von Real Madrid für Welcome im Unden na 같은데? Wir contempt respaldate goodiments antigen T Pastereikon und der RouteTFein.